Yeah, 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 yeah! Hexen tun nur, was ihnen gefällt. Sie brauchen keinen Reichtum und kein Geld. Magie und Zauberei allein reicht ihnen aus, um glücklich zu sein. Wall Street ist ein mieser Typ. Ich bin der Größte in der Stadt. Wie man sieht, ich kriege alles, auch euer Geld. Denn ich bin Wall Street, mir gehört die Welt. Yeah, 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 yeah! Hexen haben immer nur Gutes im Sinn. Doch Wall Street ist böse und gemein. Wall Street wird der Verlierer sein. Eine supertolle Hexe wie Sherilyn wickelt alle um den Finger und wiegt alles hin. Den drei Hexenkindern bringt sie alles bei. Alle Tricks der Magie und der Zauberei. Hexen, Hexen, vier Hexen gegen Wall Street. Hexen, Hexen, vier Hexen gegen Wall Street.